Schneller fliegen mit dem Formel 1 Millionenspiel. Gewinnen Sie mit RTL, TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift und Günther SKL. Einen Ford Galaxy Sport im Wert von 50.000 Mark plus 10.000 Mark Sprengeld. Sagen Sie uns, welcher Fahrer ist beim Italien Grand Prix von der Pole Position gestartet? Rufen Sie jetzt an 0190 31 31 31. Und keine Chance für böse Jungs. Der Clown, die SKB. Gewalte Action am Powerdiensttag ab 20.15 Uhr bei RTL. Er hat auf der ganzen Welt die härtesten Tests gemeistert und gezeigt, dass er ein echter Land Rover ist. Jetzt hat er sich für sie stadtfein gemacht. Der neue Freelander. Made by Land Rover. Winner Taco, der neue Powersnack von Langnese. Diebels, der Moment gehört dir. Zeigen Sie mal, was ein Haken ist. Mit TESA Powerstraps. Erst garantieren Sie sich von Halt. Tja, und dann? Sind Sie spurlos wieder ablösbar? TESA Powerstraps. So einfach geht das. Der Ford Galaxy, die kläffere Alternative. Ford, die tun was. Reden wir mal über die Firmenwagen. Was zählt, ist Leistung. Neu von L'Oreal. El Vital 3 Vitamine Shampoo. 3 Vitamine ist für mich 3 mal mehr Leistung. Sauber, griffig, glänzend. El Vital 3 Vitamine Shampoo von L'Oreal. Weil ich es mir wert bin. Ja Chef, wir brüten gerade über eine Alternative. Was ganz Spritziges. Bis morgen. Heute ein König. König Pilsner. Das König der Biere. Ihre Hilfe bei Zahnfleischbluten zum Schutz vor Parodontose. Parodontax. Mit der elementaren Birkkraft von Mineralsalz und den bewährten Abwehrkräften der Echinacea-Pflanze. Parodontax. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Um den BMW 7er noch komfortabler zu machen, haben unsere Ingenieure einen Orthopäden konsultiert und gemeinsam mit ihm einen Sitz entwickelt, der automatisch den Rücken entspannt. Ein Maßstab in seiner Klasse. Der neue BMW 7er. Weißer Mann, bring uns den Western Mac. Mit Beef, Western Dose, Röstzwiebel. Hol ihn doch selber den Western Mac. Bei McDonald's 3,95. Unverbindliche Preisempfehlung. Blöder Hund. Der Western Mac. Jetzt bei McDonald's. Fußball extra. Die Champions kommen. Die besten Spieler. Die besten Vereine. Die attraktivsten Begegnungen. Mit Bayern München. Und dem 1. FC Kaiserslobdown. Der Countdown läuft. Wer wird die Nummer 1 in Europa? Die UEFA Champions League ab Mittwoch 20.15 Uhr live bei RTL. Die Highlights aus Muzza präsentiert Ihnen Kronbacher. Die Highlights aus Muzza präsentiert Ihnen Kronbacher.